Auf ein neues zu einer weiteren Folge von Let's Play Pokoroge. Ja, im letzten Part mussten wir, glaube ich, wieder anfangen, oder am vorletzten. Für uns ist es wieder ein bisschen her, deswegen müssen wir erstmal gucken, was wir noch so haben. Ach, sag mir doch, dass ich jetzt hier wieder... Ähm... Ja, ich höre nicht. Wir können ja gucken, ob Toxiped das hinbekommt. Ich versuche, Flo nochmal kurz den Ton anzumachen. Besser? Ne. Muss ich wieder ein und aus machen, wahrscheinlich. Das ist der Masterplan. Tatsächlich. Wir waren ja erst bei C. Oh mein Gott, wir sind fast tot. Ja... Dann so, mit Geist sollte es ja ziemlich gut sein, denke ich. Haben wir irgendwas zum angreifen? Ja, haben wir. Ja, ich mach mir schon was gedacht. Dann ist ja okay. Unser Masterplan ist, wir wollen nur ein ganzes Pokémon nochmal daraus... ... ob er jetzt ein... ... ein Reim ist, oder soll man was sagen? Und wir haben auch, glaube ich, schon öfters gesagt. Wir Floß haben wir ja schon. Dann finden wir ja noch unseren Long, da würde er sich bestimmt noch freuen, aber ich... Wiskoran. Ja, oder so. Ich hätte gerne noch einen Wubungus. Das wäre Premium. Und wenn wir das in dem man nicht schaffen und sterben, dann... ... wird er noch aufs Kind spielen und es sich einfach... ... oder mit einem Ei oder wie auch immer. Und dann fangen wir an mit dem direkt. Und vielleicht auch mit dem Skoral, wer weiß. Aber Drache, ich glaube, schwieriger zu finden. Man weiß es nicht. Ja, aber... ... haben wir schon mal ein wildes Drachenbocken gefunden? Wirklich. Weiß ich so genau jetzt gar nicht. Ich glaube nicht. Na, Toxipack, du bist aber Enttäuschung. Den kriegst du erst bei Sonderbombung. Sonst lass mal groß und stark werden. Bestimmt bald. Oh nein. Kannst du ja nochmal versuchen. Aber Plage sollte, glaube ich, gar nicht so kacke sein. Ich glaube, das wurde erst gut, ne? Das war kacke. Ja, aber ich meine, nicht jetzt so viel schlechter als... Aua. Ne, weil es eine Bevölkerung war, deswegen. Ja. Immerhin hat Toxipack damit mal einen Gegner besiegen können. Schutzschild. Ich weiß gar nicht, ob ich... Nein, wir machen doch keinen Schutzschild. Lieber als einen Igler. Habt ihr das früher auch falsch vorgelesen? Was jetzt? Einen Igler. Einen Igler. Einen Igler oder... Keine Ahnung. Irgendwie anders. Naja. Aber manche Attacken gab es da, die waren so doof. Wir müssten auf jeden Fall ein Kampf-Pokémon aufbekommen. Kampf ist immer sehr wichtig, finde ich. Nein, Toxipät kann jetzt noch nicht viel. Der wird sterben. Vertraue. Nach nicht. Nicht so früh. Oh je. Oh je. Hab Vertrauen. Wie viel hast du da nicht mit Geschwindigkeit? Immer noch die normale, zweifach glaube ich. Zweifach ist normal. Zweifach ist normal. Also wir wissen natürlich nicht welches Gebiet ist. Aber ich... Kann ja so vom... Überlegen so ja, wo macht es denn am meisten Sinn? Wir müssen ganz schnell weg. Geht so Bikulente. Was hat er gemacht? Bikulente. Es wird zwar sehr effektiv getroffen, aber wir können ja auch sehr effektiv treffen. Oh. Haha Flo. Regenschutzschildes Kacken. Jaaaa, das ist die eine Option. Wo man das... Das wollte ich sogar eben noch sagen. Ja, für Walter zum Beispiel für so Attacken, wo das dann... Man will das wie sagen kann. Das ist ein Mensch. Das ist ein Mensch. Oh. Ist das Ausgleicher? Ah, das ist ein Senf. Ja, das ist ein Senf. Ja, das ist ein Senf. Kannte ich gar nicht. Also das gibt es vielleicht sogar neue. V-Schmerz aus. Noxipat, ja. Iko Schlente, zeigbar zu kannst. Ich mag Pikulente. Pikulente sind süßes gut. Und zwar Ronesse ist auch cool. Wie gesagt, dass es nicht mag. Oh, ich habe Gäste... Nicht gestern. Vorhin random. Da guckt es aber ein Letzby-Marcus. Man hat einer geschrieben. Ja, in Kassel da für diese... Für dieses... Anime-Manga-Festival. Für alle drei Tage 99 Euro. Das ist ja voll viel. Die Konichi war früher besser. Tja, das habe ich auch gesagt. Das habe ich auch gesagt. Das habe ich auch gesagt. Komm, komm. Wir müssen jetzt aber bei den Runs deutlich mehr aufpassen, bitte. Mit den Multi-Attacken. Auch die unseren... Ja. Die Mitglieder ausschaden wollen. Wir haben ja auch Eierattacken bei manchen. Ja. Ich finde es ist ja krass. Aber daran denken, dass der Donnerblitz kann. Das ist grad nicht so nett hier. Ja, da kann man... Ich weiß, wie billig die Tränke sind. Warum habe ich so viel Geld? Ah, übrigens. Unser Lack ist jetzt bei D. Wenn wir mehr Chinese finden, hört sich das Lack. Hm. Deswegen habe ich angesehen. Du hast mittlerweile einfach zu viel Ahnung von dem Spiegel. Ja, ein paar Sachen sind gut zu wissen, denke ich. Aber ich weiß auch nicht alles. Nein, Jan, der wird uns umbringen. Wie viel Schaden? Was hab ich nicht schneller? Du willst denn... Das ist richtig artig von dir. Angif... Und an... Toxipad muss alles machen, was es kann. Aber haben wir den... Wie heißt das? War das Toxin? Nee, das war nur... Nee, das ist normal. Das gibt es auch nur Giftstachel. Wie viele von denen die Dinge... Ich hab keinen Lust mehr aufzunehmen. Alter, ich hab mal eben eine Challenge überlegt, Jan, ja? Ja. Keine Ahnung, welchen Spiel wir das machen. Aber dass wir sagen, jeder nimmt einen Starter seiner Wahl. Jeder nimmt einen Vogel. Anfangsvogel seiner Wahl. Gibt's ja in jeder Generation. Jeder nimmt ein... Dieses Normal-Pokémon auf jeder Route. Also Normal-Pokémon am Anfang der Wahl. Ein Pseudo-Legendary. Ein Pseudo-Legendary. Also das ist ja das Drachen-Pokémon, was ich zweimal entwickeln kann. Und ein Pikachu-Klon. Seiner Wahl. Hast du jetzt wirklich selbst ausgedacht? Oder hat das irgendein YouTuber mal gesagt oder so? Nö, ich hab das mir überlegt. Weil ich hab gedacht, was hatten wir denn schon für Challenges gemacht? Da dachte ich so, jedes Pokémon danach auszuwählen oder ein ganzes Team. Zum Beispiel wäre bei Normal-Pokémon am Anfang wäre für mich Skoppel. Weil... Ich mag natürlich Gravit. Ich mag natürlich Gravit. Das heißt unfair. Du kannst auch sagen, ich nehm kein Normal-Vogel, sondern ich nehm Fiaro. Das wäre doch genau dasselbe. Ja, aber ich mag Fiaro nicht. Ja, dann ist das dein Problem. Der Leber. Ganz wichtig. Die Kalente. Das bringt nichts, aber du kannst das mal... Ich mach noch trotzdem Level ab. Oh, sehr gut. Direkt zu früh. Das hältst du einfach eine Idee? Ja, muss man mal gucken, bei welchem Spiel man das mal mag. Aber generell. Oh, voll. Wir haben die Kalente mit. Wir bleiben drin. Ein... Das bringt jetzt nichts. Verwarten... Ah ja, Verkackack. Ah ja, Verkackack. Verwarten... 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 Ich hab die Kontrolle über mein Leben verloren hin. Alter, der macht den ja kalt? Ne, leider nicht. Aber guter Alltag. Verwarten... Verwarten ruhig. Ok. Rekulente direkt rein, weißt du? Oh, sehr gut. Das heißt, jetzt haben wir wenigstens zu best. Der hat ja zwei... Ah! Ja, ist natürlich nicht so toll. Er hat ja noch einen Chef. Ah! Wir müssen dann bleiben, wir haben keine Wahl. ja 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 komm direkt das haben wir nicht kennen wir nicht und sie ist es denke ich nicht also metropole ich kann ich glaube es ist so je nachdem was du nimmst danach kommst du auch in gebiete die ähnlich sind wie das und deswegen wollte ich glaube ich grasfeld nehmen grasfeld weil das ist glaube ich am ehesten das wo wir hinkommen was wir beim bumbus brauchen bei der metropole ist eine stadt da kommst du vielleicht in irgendwelche anderen da kommt wieder energie kraftwerk oder sowas ich hoffe dass wir von hier irgendwie in dem passenderes kommen haben wir schon der frühkartwerke noch nicht oder doch hätten wir sogar gehabt so ja ganz schön und es kommt das was anderes ja komm doch noch spa ab let's go 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 ein seltenes werden hat nicht mehr abgewartet er hat natürlich auch gut zu wissen wenn ich jetzt eine halbe ständigkeit haben war eigentlich wollte ich irgendwas anderes noch machen stimmt was machen was du nicht willst aber ist mir egal das ist okay das ist okay dann rein kommen so lange hat das gar nicht gedauert ich war zu langsam ich würde es gern wenn sich doch die bete entwickelt wahrscheinlich so auf 15 oder so trainer ich werde aber jetzt auch tatsächlich geht das nur noch eines kreft ja das jetzt natürlich bekloppt was was ja das ist natürlich gut aber warum hat er fliegen und weiß es nicht unfair ja ja ich mit dem nein auch nicht der mega sauber stark für fünf toxiped noch sind wir bei normalen trinken und direkt einsetzen in einem geschehen ich weiß doch gar nicht genau wie viele runden das jetzt war bei normalen ein und bei den anderen zwei selten sehr gut das ist natürlich nur neutral ich dachte es wäre neutral wenn dann super zum heilen ich würde ich auch gerne mal hier mein bild sehen dankeschön der mann ob es die ganze zeit nicht offen gehabt dafür zeiten so ist ja gar nicht schlecht ja ich glaube wir sollten wieder nehmen genauigkeit bringt ja nichts wir haben da keine ungenäubigen attacken zweifeln werde ich weg pangs auch als kopf super drin er kann nichts machen was von maschinengewehr hier nein es kann sich heilen ja wenn du triffst es auch ab und tschüss ebenst tropfen ist das nicht auch zum heilen kopf des anwenders besser als sponserschutz für den moment ist es okay doch noch keine rettoladung sehr gut wichtig für so ein jaula oder so ein kratzer wird das wird man ja sind wir jetzt physisch oder speziell ich glaube es war am ende am ende mit sicherheit speziell der 50 auf dem ziel seinen kampfgeist und senkt so sein angriff also vielleicht ich möchte es trotzdem mal gern haben ausprobieren ja auf lockern baukein so bessere aqua knarer passt schon der komische rivale war ja wieder hier freut man sich doch da freut man sich nicht das haben wir heute dusche aber der kreis doch nicht physisch an ja ich möchte auch noch mal gucken ist aussieht ja ja und stirbt noch nicht ja klar fox sander holt wo das war aber irgendwas was schnell macht ja wir haben das was schnell macht aber ja großbrand ein level das wäre natürlich premium wenn es das jetzt noch entwickeln könnte im kampf das wäre vielleicht der game changer ja das kriegen wir noch so hin schaffen wir nicht idiot das war vielleicht jetzt reißer bock so jetzt haben wir dann ruten warum hat er das gleiche wie wir sind es macht mehr angst das lernst direkt eine psychoattacke na perfekt tiefgekopf nein guck's dir an war der was das ist so wie das ist so wie wie bei wie heißt das denn die micken das ist vor allem nicht mal die 10er runde gewesen dass wir müssen jetzt mal schauen was wir verdient haben nicht so viel schwer das ist echt ein käferpunkt was ich spät entwickelt was ist nie los so wie viel kostet denn jetzt ein bild lieber ab und kriegen wir kostenlos in hübler tragen kann man auch dabei aber ein beleber machen wir trotzdem ist egal welchen du mit wem gelebt der eine hat eine halbe und die hälfte der leben gleich im kampf ja das kann man sich noch gut leisten allerdings haben wir noch der war dabei nein wir können nicht mehr fliehen gut und stören das sagt nicht mehr warte 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 der kann dir nix tun also selbst mit pflanze ist es nur neutral ja ok 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 Oh Gott, geh weg. Heilung, Not, Krankenwagen. Da ist die Psychiatake. Das war noch kein Step, aber gut. So, Heilung, Heilung, ganz viel. Und wir haben einen Supertrank kostenlos. Ein Supertrank hier, ein Supertrank da, dann ist alles gut. Ach, Nils. Tür ist weg, Nitro-Lagen, wir müssen boosten jetzt. Du weißt, dass das sich steckt. Oh, nur die hilft. Aber der ist auch 19. Och, ja, genau, egal, der kann nix. Angriff. Nein, der kann nix. Angriff. Och, Routena, jetzt tötest du ihn nicht, weil er... Oder? Reicht's jetzt doch noch? Vielleicht, das wird knapp. Warum ist er jetzt für Blut gegangen? Erstens, weil stärker 212 mit physischem Angriff hätten wir sonst wieder irgendeine Statusveränderung bekommen. Oha. Ich glaube, die Aufwertung hier. Du, 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 du. Ahlöchel. Sind wir noch effektiv? Was denn? Ja, machen wir was so. Mit Gift sind wir effektiv? Mit Fäuse, 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 mit Fäuse. Und mit Flucht auch. Mit Flucht, mit Fäuse. Tschüss, Shaker Ryan. Okay, was ist? Bessere, bessere, bessere Plage. So, ist das jetzt die Entwicklung? Wird erst die Attacke gezeigt und dann die Entwicklung oder anders? Ich glaube, Morgia will ich mal rotze. Schöne Unlicht-Attacke. Ja, was hat erstaunen? Aber erstaunen ist doch Stepp. Ja, aber erstaunen ist trotzdem nur 20 Schaden. Doch irgendwo. So. Grenzen. Noch ein Knilz. Boss Knilz. Oh, gleich sehen wir, wo es erst nichts hingeht. Aber ich bin gespannt. Komm schon, gib mir einen Fädenwald. Oder eine Feenhöhle. Keine Ahnung. Lupsstrahl. Was ist denn jetzt hier am besten? Lupsstrahl ist mir niemal besser. Ja, denn los. Ich meine, Aquawelle kann natürlich verwirren. Willst du dich wirklich an der kalten Dusche festhalten? Ja, für physische im Notfall erstmal. Du musst dir das wirklich vorstellen, in echt. Willst du dich an der kalten Dusche festhalten? Ah, ja. Ja. Uh, Pampamp, das ist cool. Ja, ist cool. Die will ich ins Team haben, wenn wir es normal machen. Der hat Kampf und Licht. Ja, ist okay. Ein Felino. Flackerbrand. Was hätt ich das für komische Attacken. Du bist nicht richtig, Mann. Also, das allererste war gut, der Rest war meh. Wohin gehen wir? Das ist die Frage. Hey, warum darfst du da nichts sagen? Hä? Die Karte ist doch nach oben. Egal. Egal. Und ich hab's auch... Also, ich hatte mir ja auch diese paar Partzen angeguckt vom Morgue und die hatten auch so gesagt, ja bestimmt, die meiste Musik kommt aus mit Mr. Tangier oder so. Da ist es gut möglich, ja. So, X-Treffer? Schade. Warum denn X-Treffer? Wie kommst denn da hin? Ja, weil wir gerade hier wegen... Ja, weil die Genauigkeit gesenkt wurde. Ganz einfach. Wie viel essen hier, Nugget? 500. Ist okay, oder? Okay. Jetzt haben die wieder 80 da. Oh, das liegt ja. Oh. Das ist ja nicht so nett. Und Licht ist nicht sehr effektiv auf Fee. Stimmt, ist ja Fee. Für mich wird Pi immer normal bleiben. Ja, das ist vielleicht so. Aber leider ist es nicht so. Tschö, tö. Ich glaub, Mordscher sollt Mordscher sein. Ja, warum machst du das nicht? Das ist ein Feuermann. Das wird einfach ausgeschaltet. War ein Feuermann. Einfach ausschalten, da... Alter, was ist denn das? Die wollen uns echt mad machen. Wie damals mit meinen Unser Luna. Dann wechseln wir doch. Ich fand das nicht okay. Dann... Ja, wir haben's bekommen. Du willst Schmerzensgeld haben. Ja, wir haben's aber auch vorher bekommen, aber trotzdem... Aber warte mal, wir brauchen doch jetzt hier für unseren Tee auch ein Item. Mal gucken. Was? Das ist ja auch mit... Oder war das eine Attacke? Was, was, was? Ihr braucht noch ein Item oder eine Attacke. Wir mussten doch irgendwie so einen Canyon vorfahren, um das zu entwickeln. Äh... Ich muss mal gucken. War doch auch irgendwie so ein Becher oder sowas. Äh... Edle Teenschale, jawohl. Ja, super. Du machst dich immer aufs selber befasst. Ja, die wollen mich bestimmt jetzt... Ne, die sagen so, hier bei Level 48 kriegst du's. Psystrahl und Globstrahl. Weil wir die strahlen nicht kreuzen. Die strahlen. Da unten rein. Die sind so nervig immer. Ach so. Ich hab das verwechselt mit... Ruheort. Ach so, und die Ruheort wäre Premium. Ja. Ach so. Mehr Eier. Wir hatten dich schon. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich seh jetzt immer, da wie einfach ein Burgungus drin ist. Die ganze Zeit vorm Auge. Ja, ich hoffe auch, dass es kommt. Ich weiß nicht, ob ich so ein Ei möchte. Äh, Wollbeat. Ja, aber hä? Wenn du's in dem Run fängst, dass wir's in Starter benutzen, dann ist es doch... Auch das hier noch weiß nicht. Nein. Okay, Käfer und Feuer. Hm, ja. Das ist perfekt. Einfach alles sehr gut. Ja, aber du musst ja schon das Richtige hören. Oh nein, ist der Beise lebt noch. Oh nein, Wurbel, es lebt noch. Oh, der ist ja viel blöd. Oh nein, ist der nicht blöd. Ich find das interessant, wie der hier so rumhüpft und fliegt. Und dann die Feuerwirbel, das ist auch für blöd. Einfach jede Runde nur schaden. Ich weiß nicht, welch man diese Attacke halten soll. Man kann auch immer krasse Kombis machen, wenn du vor allem viele machst, wie wir vorhin. Auch wenn's da nur zwei waren. Jaaa, das geht... Auf geht's! Grollum! Heißt das eigentlich rückwärts irgendwas? Nee, glaub nicht. Muller, Muller. Ach nee, auch nee, auch nicht, auch nee. Einen Trank, Kummerfinker brauchen. Den Supertrank nehmen wir mit für Palo Utena. Nicht ganz. Utena. Palo Utena ist ein guter Schwitzname für das. Warum hat er gefühlt so viel Verteidigung high? Gut, er ist 23 trotzdem. Sag mal. Och mein Gott, Papa. Extraplager. Nein. Geh weg jetzt. Hahaha. 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 A la ninjessk. Wie soll man dann eigentlich einen Ninjaton bekommen? Das muss, ja, gefangen werden direkt, sonst... Ist ja eine ganz komische Entwicklungsform. Hat der Blumensauger gemacht? Warum musst du es einfach entwick- Ja. Wie willst du das denn machen? Du kannst, ne, du kannst ein Team haben, aber... Das war ja... Warum bist du gestorben? Ah, Zornklinge wird doch jedes Mal stärker. What? Doch, Zornklinge wird nach jedem einsetzen immer stärker. Dann klappt er mir wieder nicht, die Sau. Ja, weil ich die Attacke immer so... Die ist immer so tot. Also die macht ganz wenig Schaden, nur dass der Gegner so... Ja, macht sie auch, aber... Halt irgendwann auch nicht mehr. Irgendwann macht sie dann noch viel Schaden. 160. Nach dem dritten Mal. Ja. Ja, aber in Gen 1 bis 2... 4 war sie in 10er Stärke. Jetzt hat sie 60. Äh, 40. 40 hat sie auf Gen 6. Das wusste ich doch gar nicht. Das wusste ich jetzt auch nicht. Ich wusste halt, dass sie eigentlich gar nicht so kacke ist, wenn man sie oft genug benutzt. Das ist ja ein Skandalös hier. Vielleicht gibt's manchmal keine Kreuzungen, Jan. Manchmal geht der Weg halt grados weiter. Sind die schon wieder beide halb tot? Hm. Oh, ne Heilattacke. Wasserring ist scheiße. Was ist denn der Unterschied zu... ...dem was du hier meintest? Ja, Wasserring macht doch immer... ...macht das auch über jede Runde halt so'n kleines bisschen. Ach, das war das. Okay. Ja, das muss man offen wieder heilen. Ja, das geht ja gar nicht. Toxin wär ja interessant, ja. Ja, zwei super Tränke für die guten. Wollen wir mal gucken, ob's Toxiped... ...also roll um. Ja. Ist doch ein Kreideschrank. Passt das doch. Alla extremo. Können auch dritten bleiben. Ja, die Frage ist, wer... ...sollte er ausgeschaltet werden? Naja, eben wurdest du von Ninjas ein bisschen kaputt gemacht. Ja, deswegen bin ich auch dafür, dass der weiter als erstes sterben soll. Ja, er fängt schon wieder an, Jan. Sollen das jetzt lassen. Tschüss. Ach komm. Hm. Oh je. Oh je. Eins muss auf Ninjas gehen. Käsi ist schneller. Was? Warum machst du dich mit ihr auf Ninjas? Ja, weiß ich doch auch nicht. Tschüss, Biko. Ach, Käfer, bis es ging und nicht gut, ja. Oh, jetzt macht er. Ja, wir müssen den töten. Ja, haben wir. Mein Gott. Ich dachte halt immer nur, der wäre schnell und kein sonst nix. Mega sauber. Oh, mega sauber. Schon mal besser? Besser als auch sauber, ja. Bisschen geknuspert. Haben wir noch genug Geld von der Leber? Schwierig, glaub ich. Ab hier, top. Haben wir noch ne Attacke, die Sinn macht? Irgendeine, die wir behalten. Genau, Donnerblitz hat 15. Das... Also am ehesten würde ich sagen Donnerblitz oder... Toxin. Ja, Toxin benutzt du nicht so oft. Ja, los. Mhhh, ja komm. Ich mag Linyas nicht. Ich mag Linyas nicht. Neh, auch nicht. so aus deiner generation ja trotzdem muss man es ja nicht mögen ich mag es wahrscheinlich auch nicht jedes pokémon aus deiner genie ja das ist wahr warum was ich immer wieder lachen oh giftstock wenn wir Toxin haben ist das sehr gut aber gibt zweifel oder lieber schutzschild schutzschild weg schutzschild hat unsere Toxin halt auch retten können aber gut kann mich damit nicht identifizieren so zu spät der nächste ist schon der boss der Ebene dann boosten wir uns noch mal immerhin in init das war ein critical hate der ja nochmal ja nochmal ich habe keine ahnung wir benutzen sie als das helden wie kann der level ab doppel boss macht auch keinen sinn also rollum hat eine psychoschwäche sage ich dir mit rothe da soll es da drin bleiben so ich würde mal gerne gucken wie viel jetzt der unterschied zwischen speziell und physisch gerade ist bei ihr speziell ist schon ein gutes Stück besser ja wahnsinnig aber so ein schmarotzer sehe ich und so aber ah da brennt sogar nein mocha was war denn das jetzt gib es halt und eine spank ja wir müssen jetzt doch auf kiraffare gehen nein der peiser muss sterben erstmal wir müssen erstmal loswerden schwierig 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 flo warten super was soll ich machen ja wie was sollst du machen die stärkste attacke einsetzen und ablöst könntest du eventuell paralysieren hmmmm dann war es das damit und dann spielst du lange bis er irgendwas findet also meinste sehen wir uns im nächsten ran eventuell das ist aber wahrscheinlich der letzte wird und ich verpasst noch gelassen bis zum nächsten mal tschüss tschüss tschüss